Wo ist der Collector dazu? Hier nicht. Ist der da drüben irgendwo? Du kehrst den um, ne? Habe ich mir gedacht. Dann, ähm... Sekunde. Hätte ich dich gerne mal da drüben. Einfach nur so aus Interesse. Testen und so, ne? Und dann... Packen wir dich mal hier hin. Das war ein Feder. Hm, bis hier hoch komme ich? Aber ich kann... Ich komme nicht höher als bis hier. So lange hält mich der Funnel in seiner Fläche auch. Ich komme ja hier gut hoch. Ich hab die gar nicht gesehen, die Fläche. Ach, Mann. Ich sollte mal ne Pause machen. Ich werd müde. Ich merk's. Ich komm nicht hier rein. Ich bin traurig. Du bist nur Metall. Ich dachte, du wärst... Beton! Da ist noch ein altes Gitter. Komisch. Ähm... Achso, nee. Das sind immer diese... Vergesst's. Genau, auf dich hab ich gewartet. Und du bist... Das ist ein Timer, oder? Ne, du bist fix. Cool. Dann, ähm... Passt. Komm mit. Hm. War das jetzt die Lösung, oder...? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Der auf der anderen Seite muss ja auch noch irgendwie bedient werden. Irgendwie komme ich aber zu dem rüber, ist die Frage. Mit dem Funnel? Mit dem Funnel. Oh... Damit ist eberlicher, dass ich viel nicht vergiss. Immer wieder mal. Ähm... genau. Genau. So. Zack. 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 M-M-M. Ich bin mal gespannt. The fuck. Das glaube ich dir aufs Wort. Das hat sich so cruel angefühlt wie nichts anderes. Das heißt jetzt wird das hier leichter oder noch schwerer? Das heißt jetzt wird das hier leichter oder noch schwerer? Ich bin noch immer durch die Files. Es gibt Terabyte von E-Mails. Ich versuche etwas zu finden, das uns helfen kann. Ha! Wollt ihr wissen, dass ihr die Größe deiner Kurs in zwei einfachen Schritte erhöht? Was? War das gerade ein verkappter Peniswitz? Ich glaube es ist so spät abends. Ich hör jetzt auf. Ich geh jetzt ins Bett. Deswegen speichere ich hier. Und zwar richtig. So richtig. Safe. Ja. Bitte. Safe. Und verabschiede mich. Und hoffe das war cool. Hat Spaß gemacht. Und dann machen wir weiter bei der nächsten Aufnahme. Ich habe jetzt ja ein paar Stunden aufgenommen. Das heißt es wird noch ein paar Wochen gehen das Projekt. Glaube ich. Also wenn ich das jetzt sage dann ging das wahrscheinlich schon drei Wochen oder länger. Aber gut. Inzwischen ist es auch genau drei. Also ich habe ziemlich genau zwei Stunden aufgenommen. Gut. Dann haut ihr rein. Macht's gut. Und tschüss. So. Da sind wir wieder. Mit mir. Mit wir meine ich mich. Und euch vor den Endgeräten. Das kann ja alles sein. Aber Hauptsache irgendwas audiovisuelles. Wir haben hier gestern für eigentlich heute Morgen um drei aufgehört. Kammer drei und morgen um drei. Aber das Spiel fesselt mich. Und ich will das heute noch durchkriegen. Ich hoffe ich krieg's heute noch durch. Ich bin ja in Chapter 4. Und versuche erstmal meinen Shit zu spielen. Also. Der nette Kollege da. Dieser Button. Löst das aus. Was ist denn hier oben? Das ist schon mal. Das ist schon mal hier nicht so geil. Das heißt hier muss ich wieder hin. Achso muss ich sowieso. Ja gut. Erstmal Würfel. Würfel geht immer. Dann gibt's da oben noch einen Würfel. Okay. Dann. Will ich mal da rüber. Ich will hier raus wieder. Das ist doch Shit. Zeigt mir doch nicht immer so viel von der Welt. Wenn ihr mich nicht rauslasst. Wenigstens einmal kurz. Einmal haben sie's ja gemacht. Das war ja nett. Ja. So. Ähm. Oh. Das hab ich gar nicht gesehen. Seht ihr? Leveldesign. Keiner guckt an die Decke. Keiner guckt an Decken. In der Regel. Ich komm auch nicht auf diese Plattform. Okay. Ist aber kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Ich bin ja noch einmal Kunden. Was passiert wenn ich hier drauf drücke? Dann. Äh. Geht das kurz weg. Und dann kann ich den hier machen. Und äh. Jo. Okay. Ich hab verstanden was ich machen muss. Ist ja nicht so schwer. Zack. 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 Mal mit. Ist nicht so schwer. Blöd bin ich trotzdem. So. Zack. Zack. Ähm. Jo. Der ist sehr cool. Jetzt komm ich da hoch. Okay. Cool. Und. Und. Der ist sehr cool. Dann. Ist auch unten schief gelaufen. Ähm. Noch ein Würfel. Und. Diesen Würfel. Den kann ich. Ich kann wahrscheinlich mich hier irgendwie lang transportieren. Wie auch immer das gehen soll. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub ich weiß wie. Ich glaub ich weiß wie. Jo. Das Problem ist. Wenn ich was da reinschmeiße. Dann. Existiert es nicht mehr. Wer. So geht's. Jetzt. Landet er da hinten. Vielleicht. Ach. Vielleicht. Ach. Ich hab dich noch darüber getrickst. So. So. So ist er runtergefallen schon. So ist er runtergefallen schon. Hängt der jetzt hinten in der Mitte oder an der. Dann. Das sieht mir nach Mitte aus. Aber das sind zwei Buttons. Ja. Dann hat sich das auch erübricht. Zumindest theoretisch. Praktisch nicht. Ähm. Ja. Dann nutzen wir nämlich den zweiten auch nochmal. So. Jetzt sollte er unten liegen. Ja. Er liegt unten. Dann kann ich nämlich reinspringen. hinterher gehen. Man merkt. Ich bin wacher. Etwas zumindest. Da oben ist ein Companion Cube. Lass mich raten. Die haben ja jeder mit einem Companion Cube versteckt. Was ist das? So. Ich hab doch Anti-Aliasing an. Keine Ahnung. Tür ist offen. Das ist schön. Aber jetzt ist noch was. Aha. Das ist interessant. Was geht denn bei dir? Ist ja noch ruhig. Ähm. Ich brauch den zweiten Würfel. Bin ich mir sicher. Und. Den krieg ich. von da. Hm. Ich kann mich nicht darüber tragen. Das ist ja schon mal blöd. Also ich kann nicht den hier nutzen um wieder zurückzukommen. Ich kann. Ich äh. Quicksafe hier mal. Und popi einfach mal mit aus. Ich hab mir das Quicksafen aus Fallout angewöhnt. Es tut mir echt leid. Ich kann nicht aufhören in diese Bereiche zu schauen. Das ist faszinierend. Ähm. Mhm. Genau. Genau. Ach. Ich bin ja auch ein bisschen blind manchmal. mal. So. Jetzt kriege ich den anderen Beam aber nicht hierher oder? mhm. Wie wärs denn hiermit? Wir machen folgendes. Ob ich das schaffe? so. In der schnellen Zeit. Man. Was war das eben für'n Sound? Komisch. Ähm. Ich brauch den ja gerade eh nicht. Der kommt hier wieder. Ja. Sehr schön. Wie wärs denn wenn man den... Aha. Die sind auch aneinander ausgerichtet. Rein theoretisch könnte ich hier den Orangen durchgehen lassen oder? Also einmal hier so durch und dann saugt ihr den rüber. Und das ist so toll, dass es quasi egal ist welchen Würfel ich jetzt genommen hätte. Sounds like a plan to me. Dann, äh, lade ich mal. War doch F7. Hoffentlich. Ja. Dann lade ich nämlich mal und wir probieren das jetzt mal. Sollte ja jetzt kein Ding sein, aber... Vielleicht sollte ich den einfach mal ausmachen. Das wäre vielleicht ein guter Anfang, weil dann kann ich nämlich gleich diese Position hier auch nutzen. Aber ich komm nicht rüber. Mir fehlt ein Portal. Ich hätte gerne noch ein Portal mehr. Bzw. Ich würde da hinten gerne einen saven. und mich dann quasi hier hinten durcharbeiten. Das ist echt nicht so ohne. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind, aber... Das kann nicht immer die Antwort auf alles sein. Also hier... Tür... Tür... Portalfeld. Was ist hier die Tür? Ach, ist ja auch egal. Hm, hm. Die Einzigen sind da hinten dran. Die Einzigen sind da hinten dran. Schaffe ich es zeitlich? Theoretisch schon. Also... Wenn ich nicht so blöd wäre und gegen das vordere schießen würde, dann auf jeden Fall.